Unsere Kunden aus der Bahnindustrie kämpfen ständig mit der Vibrationsbeständigkeit von Schnittstellenverbindern. Gemeinsam mit WAGO entwickeln wir einen festen M12-Steckverbinder für mobile Geräte. Die von WAGO angebotenen Produkte entsprachen den neuesten Standards der streckenseitigen Brandsicherheit und Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen. Die Modularität des Produkts hat dazu beigetragen, den Controller für die Produktentwicklungsprojekte von LUMIKO in verschiedenen Branchen zu skalieren. LUMIKO orientiert sich bei seinen Aktivitäten an den Grundsätzen Qualität, Entwicklung, Zuverlässigkeit und Verantwortung. Um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern, müssen wir auch die besten Kooperationspartner auswählen. Die Zusammenarbeit mit WAGO ist geprägt von Flexibilität, Verantwortung und dem Wunsch, ein offenes Ohr für den Kunden zu haben. Es ist normal, dass bei Entwicklungsprojekten Fehler auftreten. WAGO hat den Wunsch ausgesprochen, Verantwortung für Fehler zu übernehmen und sie zu korrigieren, um die bestmögliche Qualität zu gewährleisten. Unsere Zusammenarbeit mit WAGO wird sich auch in Zukunft in bahnseitigen Projekten und, soweit möglich, in anderen Produkten der LUMIKO Produktpalette fortsetzen. Vertrauen schafft die Grundlage für eine zukünftige Zusammenarbeit. 词 by